Untertitelung des ZDF für funk, 2017 An dieser Stelle lauert die Gefahr. Um links abzubiegen, müssen sie die Schienen überqueren. Hier kann von hinten ein Tram kommen. Das Tram hat immer Vortritt. So umgehen Sie die Gefahr. Machen Sie einen Schulterblick, um sicherzustellen, dass kein Fahrzeug kommt. Stoppen Sie komplett und stellen Sie den Fuss auf den Boden. So zeigen Sie, dass Sie das Tram gesehen haben. Die Stadt Zürich wünscht sichere Fahrt.